Ja hallo zusammen. Wir sind hier heute am Campingplatz Porteschmiede. Wenn ich ein bisschen wackele, dann liegt es nicht daran, dass ich gestern zu viel Alkohol hatte, sondern tatsächlich, ich stehe gerade auf dem Stand-Up-Board mitten auf einem See. Das ist hier die Saalfeld-Kaskade und viele bezeichnen das Ganze auch als Thüringer oder genauso thüringischer Fjord. Warum das so ist, das kann man glaube ich am allerbesten erleben, wenn man bei so einem traumhaften Wetter hier ist, wie ich das jetzt gerade sein darf. Und es ist wirklich ein absolutes Erlebnis, hups, schade, stehender, besser jetzt. Ein absolutes Erlebnis hier dementsprechend unterwegs zu sein. Ich versuche euch mal ein bisschen mitzunehmen, nachher wenn noch ein paar Luftaufnahmen kommen von der Drohne, dass ihr einfach sehen könnt, wie schön es auch in Deutschland sein kann. Denn Deutschland hat unglaublich viel zu bieten und gerade jetzt zu den Corona-Zeiten macht das natürlich allen nicht mehr recht. Also, viel Spaß! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020